Ich habe schon immer nach so etwas gesucht, was mich geistig und unkörperlich fordert. Ein Ort, wo man sich willkommen fühlt und wo man sich als sich selbst fühlt. Eine Umgebung, in der man florieren kann. Die Community, das Gemeinsame, die gemeinsamen Workouts, sich messen mit anderen, das sind eigentlich so die Dinge, die ich dazu bringe. Ich habe das Gefühl, hier gut aufgehoben zu sein und hier etwas zu lernen. Mittlerweile meine zweite Heimat und mein Leben. Meine letzte Heimat und mein Leben. Alles zuden, das ist wirklich gut. Untertitelung des ZDF, 2020